Mein Name ist Eckler Schlüter, ich bin Teil des Teams von Life Fitness und ich arbeite als Digital Experience Manager für den Dachraum und für den Raum Benelux. Wir arbeiten mit eGym schon seit einigen Jahren zusammen und jetzt haben wir gemeinsam auf der FIBO eine Neuheit released. Und zwar ist das die Smart Cardio Integration für unsere SE4-Konsole. Also das Thema, was glaube ich sehr sehr prominent ist, ist das Thema Personalisierung. Wenn ich ein Training gemacht habe, was habe ich geleistet und natürlich, dass ich eine gewisse Trainingsplanung auch habe und Training auch auf ein neues Level zu heben. Wir bei Life Fitness haben das im Rahmen unserer neuen Cardio Serie gemacht und wir werden jetzt zukünftig schauen, dass wir eben diese Innovation mit eGym auch gemeinsam anbieten können. Für uns ist eGym Genius eine Innovation auf der FIBO, weil wir die Möglichkeit haben, unsere Geräte mit einzubinden. eGym hat mit eGym Genius ein Produkt rausgebracht, was es uns als Partner auch ermöglicht, unsere Kraftgeräte einzubringen in das eGym Ökosystem, sodass der Betreiber jetzt die Möglichkeit hat, Trainingspläne für den gesamten Trainingsfloor zu erstellen. Und ja, bietet damit uns etwas von Life Fitness, wo wir sagen, das ist ein Mehrwert für Kunden, die eben im eGym-System Trainingspläne erstellen möchten. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass Life Fitness und eGym da an der Stelle gemeinsame Wege gehen. Und ich denke, das ist ein sehr gutes Zeichen.